Nee, das ist er nicht. Achso, weil das ist der Raketenangetriebene. Setz dich rein, fahrne runter. Ja, aber nee, ich rede vom Lagerfahrzeug. Achso, ja, aber drück mal die Hupe. Tschüss, Mr. Reese, machen Sie es gut! Time to say goodbye. Ich rufe dich sofort zurück. Mr. Reese, 7 days to die. Das ist Rick. Hallo, Rick. Erzähl mir, was in der letzten Zeit so hier los war in der Stadt. Hä, was meinst du? Ja, was ist passiert? Wie geht's deiner Madre? Der Bulgarien? Sie ist keine Bulgarien. Wie meinst du das? Na klaro. Baba Ganoush, sie ist aus Bulgarien. Nein, sie ist Türken. Ist doch scheißegal. Ja, ja. Kali darf nicht, ja. Kali stirbt mit denen. Ist das denn? Ernst? Hä, was ist gerade passiert? Wieso liegt Bitcoin und wieso liegen wir jetzt alle? Ich weiß, was Tarek macht. Oh mein Gott, Tarek ist die Pipehead, Digga. Keiner wird sich dran erinnern. Alle bluten aus, keiner erinnert sich dran. Wala, er blutet auch aus, keiner erinnert sich dran. Dann ist er, er hat Mr. Bütke, Mr. Bütke hat auch nicht gesagt, dass es ein Bloodout ist. Das ist nicht offiziell. Ja, Tarek hat es verstanden. Wala, Tarek hat es verstanden. Er springt jetzt, er springt jetzt. Oh mein Gott, wenn Mediziner kommen, ist sein Plan verkackt. Da musst du nicht durch. Auf den Sonntag früh raus. Das wäre jetzt für mich so der Bonus gewesen, weißt du? Nein, nein, gute Nacht schnappen. Ich habe ganz kurz gesagt, dass... Ja! Ja, das frage ich mich auch. Hey, sag mal, Panther, bist du im Funk? Das sind eure Motorräder. Ja. Wow, oh mein Gott. Au. Was war das denn? Das war schon ein Highlight. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ich habe doch gesagt, wir müssen das andere Benzin. Magst du mal mit reinkommen, lieber? Na, dann lass mit rein, oder? Nein, komm. Komm mit rein. Wo seid ihr? Lix, hallo. David, hallo. Und heb mal die... Ja, ja. Merk, wir müssen kurz wieder ein Verleih aufstehen. Mach mal die Hände hoch. Ja, okay, wo seid ihr? Wir kommen dahin. Ey, bei Krankenhaus. Diese alte Krankenhaus. Äh, diese Dings. Komm mal ein bisschen schneller, komm. Komm, David, komm mir, wo du bist. Komm. Komm. Willkommen, Yakuza-Tanke. Ja, wir kommen alle Yakuza-Tanke, alle. Ey, Jungs, Parkour, den ihr könnt 7-0-0-9. Eben, Parkour, bitte. 7-0-0-9, alle. Ey, die sind... Ey, die sind... Ey, die sind... Ey, die sind Jakuza-Tanke. Oh, 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 oh. Der Chief, sure. Take my far tail. Ja, oder sowas, der ist im PD. Ich stand grad mit 10 Mann in deiner Reihe und hab ich alle gleichzeitig gemacht. Lass sie einfach ficken jetzt. Die kommen aus dem Konzept, wenn wir die wegpitten und rausholen. Schwöre, oder? Ja, die sind vor uns. Fahren die... Vor uns. Hier, hier, bitte direkt vor euch, direkt raus. Fahrt rein, fahrt rein. Habt rein, habt rein. Bitte, Titi. Fahrt rein. Habt rein, habt rein. Komm weiter, bitte. Fick die, fick die. Habt noch einen. Komm, jagt die, jagt die, jagt die. Wir sind nicht die Gejagten. Wir sind die Gejagten. Ja, kann ich ihn zur Verfügung stellen. Super. Ich schreibe auf. Zählen Sie langsam auf. Kann ich ansprechen? Sagen Sie. Nein. Nein. Haben Sie? Ja, hab ich. Null. Die Null? Haben Sie? Ja. Haben Sie die Null? Ja, ich hab die Null. Nur dann die Eins? Ja. Haben Sie? Ja. Dann die Neun? Neun. Haben Sie? Ja. Haben Sie die Neun? Ich hab die Neun. Ja. Dann die Sieben? Sieben? Ja, die hab ich. Fragen Sie nicht. Die Sieben. Die hab ich. Ja. Ja? Ja. Wie? Das war's. Nein, fahren Sie Richtung Eastside. Die nächste rechts. Genau. Rechts? Ja. Achso, Sie wollen den Außen. Könnt ihr das bitte hier? Ich wollte mit den Streams nix anderes erreichen, außer dass du kniest und dann auf dem Boden von mir weiterliegst. Fahren durch die Stadt in meinem neuen Gäsel. Geh mit dir ein paar Sachen, mit Vertraue, mach auch nicht mal schlagen. Und ich fliege mit dir hoch über die Straßen lang. Und ich kann's nicht leiden, wenn mir jemand was zu sagen hat. Guillermo. Ich kann's nicht in den nächsten commentaires.